Heyo Leute, was geht ab? Äh, Alphastein hat ein neues Video rausgebracht. Äh, was für Video? Äh, Dingsher, Musikvideo, äh, so. Und wir gucken uns mal an. Das Hallo, wie geht's? Hallo, wie geht's? Kannst du mir sagen, ob es dir gut geht? Oh, die hat einfach den Anruf beendet. Ich wollt nur fragen, ob wir uns noch sehen. Selbst wenn noch nicht, dann ist es voll okay. Der arme Alphastein, der weint. Voll okay. Und schon wieder sind wir nur am Diskutieren. Wie oft haben wir das alles schon probiert? Bitte lass uns nicht streiten, so geht es nicht mehr weiter. Ich bitt' dich einmal, beantworte diese Fragen. Hallo, wie geht's? Kannst du mir sagen, ob es dir gut geht? Ich wollt nur fragen, ob wir uns noch sehen. Selbst wenn noch nicht, dann ist es voll okay. Voll okay. Hallo, wie geht's? Kannst du mir sagen, ob es dir gut geht? Ich wollt nur fragen, ob wir uns noch sehen. Selbst wenn noch nicht, dann ist es voll okay. Voll okay. Ja, ich weiß, dass mit uns beides kompliziert. Doch egal, was es ist, ich bin für dich hier. Der arme Alphastein, weint immer noch. Mir kannst du alles beden, all deine Sorgen erzählen. Ich hör immer zu, weil du tust mir so gut. Mein Schammi, da sind wir nur am Diskutieren. Wie oft haben wir... Aber seine Stimme hat sich geändert. Denkt ihr, dass Alphasteins echte Stimme? Wer das alles schon probiert, bitte lass es nicht streiten. So geht es nicht mehr weiter. Ich bitt' dich einmal, beantworte diese Fragen. Oh nee, die hat wieder den Anruf beendet. Hallo, wie geht's? Kannst du mir sagen, ob es dir gut geht? Ich wollt nur fragen, ob wir uns noch sehen. Selbst wenn noch nicht, dann ist es voll okay. Voll okay. Hallo, wie geht's? Kannst du mir sagen, ob es dir gut geht? Ich wollt nur fragen, ob wir uns noch sehen. Selbst wenn noch nicht, dann ist es voll okay. Voll okay. Das ist das Ende. Mal verstehen, das ist traurig, das ist das Ende. Guck mal, hier beim Song, wartet mal, wo ist das genau? Warte. Wo ist das? Wo ist das? Ich muss gucken. Wo ist das? Wartet kurz, ich muss es kurz suchen. Irgendwo muss es sein, Alter. Hä? Hä? Ich finde es irgendwie gerade, äh, irgendwo hier oder so. Oder? Wartet mal. Warte. Da. Ich geh mit guter Laune aus meinem alten Wetter. Hier. Flauschi war hier, ähm, mit Alphastein im Bett. Und, äh, iCramix hat auf dieses, äh, Lied reagiert. Und hat Candy Bescheid gesagt. Und Candy hat ein Diss-Trick gemacht. Ähm, ich kann euch mal zeigen. Hier. Das ist der Diss-Trick, oh. Werbung. Geil. Ich muss kurz die Werbung abwarten. Dein Kind kann bei der UEFA Euro 2024 mit den Spielern einlaufen. Jetzt die Lidl Plus App herunterladen und am Gewinnspiel teilnehmen. Muss immer, äh, Werbung kommen. Leute, neben wem liegt Alphi hier? Ist das nicht... Hier. Ähm, du darfst Candy nicht Bescheid sagen, okay? Nein, wir haben nur Netflix geguckt. Äh, das war's mit dem Video. Lass ein Like und ein Abo da. Und auf Wiedersehen. Ciao.